so dann hat sich doch noch mal gelohnt dass wir geguckt haben auf jeden fall so aus aus trotzdem für mich wieder die frage von wo da war ich sowieso schon das ist jetzt keine überraschung hier ne ne sag ich doch trotzdem frage ich mich jetzt von wo ich eigentlich von da kam ich aber hier unten war ich noch nicht ich würde mich jetzt auch mal weiter graben mal gucken was man so auftaucht hoppy hoppy junge da ein bisschen was schön nach dem zweiten voll 43 aber die andere richtung so hat er mich auch noch voll angegrenzt habt ihr irgendwie mal durchgemuselt ne was ist das ding jetzt kommt er durch los hier war ich noch nicht ne ach so schlucht ja hier stehen sie über ne das ist richtig party ich merke das schon aber ich lass das mal lieber ähm ist das mal auch mal da so ähm ja komm wenn wir schon mal dabei sind lassen wir uns doch nicht lumpen von da kam ich ne aber hier hab ich noch nicht geguckt ne ach stimmt hier hat ja vorhin irgendwer noch einmal Luftfloss gesprengt ne hab ich hier noch nicht geguckt gehabt ja ne komm mal her ne was willst du denn was willst du denn klein ne komm mal her junger auf die auf die auf die frische joo so machen wir hier mal was machen wir mal trocken so guck so äh aber trotzdem nichts ne nix weit bewegendes ne also das hier das haben wir jetzt hier 52 na komm den kriegen wir noch voll erstmal ja Kartoffel essen lecker mhm Kartoffel so haben wir nicht vielleicht irgendwas irgendwas besonderes freigelegt oder so ne ne da so hopp 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 äh ja trotzdem schätze ich jetzt die fraaaage alle äh fragen ach stimmt das war ja hier ach bin ich hier runter gegangen echt ich hab's voll vergessen ist ja gar nicht hm 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 ich bin voll über was ach laber nicht das hier braucht kein mensch hm 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 ja noch nicht ne noch nicht oder da ist doch voll ja gut dann musst du wohl zurück was du pech gehabt so jetzt wie komme ich jetzt erstmal wieder zurück oder wo genau muss ich dann zurück ach ja ach ja, fehlt es von allen Seiten oder was versteck dich erstmal wieder sowieso nix muss man offiziell zack und da sonst ist ja nix ja, aber trotzdem schätze ich die Frage wie kam ich jetzt wieder dahin zurück nee, von da war oder nee dann muss ich nach hier, ne ich hab's noch gesehen ich lass dich jetzt auch mal da hier war's auch nicht, ne ach ja, komm dann komm mal her was willst du denn so toll ich hab mich verlaufen, ne nö, wo ist bin ich hier schon wieder oh, alter los, wo ist er, wo ist er ne, da ist er, ja, komm hier, los, 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 los oh ja, er steckt aber auch hier die sind aber auch überall, ne ja, das zum Thema, die sind hier auch überall, ne ja, komm hier, los so, ich hab's noch ab, 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 ab ich werd mal davon jetzt schon wieder ach, genau ein bisschen, passt noch da war noch wieder irgendeiner, oder? da hab ich wieder nur getäuscht so, ich hab's hier nur getäuscht, ne so, dann jetzt geh lang, geh lang, geh lang, geh lang ja, stimmt, ich wollte ja nicht, eigentlich wollte ich, glaub ich, nur ausleuchten, ne ein bisschen so ich kann die Knochen dabei ist ja egal, muss einfach zurück bleiben äh, hab ich dich eben abgebaut, oder hatte ich das nur vorgehabt, ich hab's ja nicht getan das kam jetzt auch gerade ein bisschen merkwürdig vor, ich war jetzt ziemlich sicher, ich hab die abgebaut das war ja gar keine Fackel mehr gut, das soll das Zeichen sein, ne wenn Schluss sein muss da war ich schon da komm her ich weiß, ich könnte es auch mit Wasser machen, ne mit einem Wasser so einfach alles wegspülen, aber ich hab ja überlegt, ob ich mich da irgendwie dann vorbei baue, ne oder so was, mal gucken, was dahinter ist, aber ne ich glaube, das will ich noch nicht wissen so schon so ein bisschen heller gemacht, ne etwas heller denke ich mal außer hier natürlich wieder, ne keine Fackel dabei, ne ach, dann machen wir halt, was soll's das ist der Steuer weg ähm, diesen einzelnen Pflastersteuer da, der kann weg genau noch schienen ne, richtig ist der Gauner voll, oder was ja, war auf dich wahrscheinlich, ne schauen wir jetzt hier 55 ich muss aufpassen, dass ich nicht zu weit weggehe aber die machen wir noch voll, oder, ne hm 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 du bist ja knuffig, du bist ja süß du bist ja knuffig, du bist ja süß oh oh ja ne, komm mal her, los du einstecken kannst du was, ne ähm hier noch welche weg so ne irgendwas lacht aber so richtig dreckig, ne echt hab ich die nicht abgenommen na, ist mir's auch egal so ich lass dich ruhen, du lässt mich ruhen, du lässt mich ruhen, lass so können wir's doch genauso gut machen so, hab ich gehört, so 62, ne 69 69 69 so, ist es voll dahint hab ich ja geguckt gehabt, oder hab ich nicht geguckt, hab ich geguckt, ja so wo hat ich hier unten überhaupt mal geguckt gehabt dennoch scheint ja schon so das ist auf jeden Fall so ne dämliche Hexe, ne naja, wo lang ging es jetzt aber nur noch du bist die Spinne, wir haben ja gesagt, wir lassen uns gegenseitig in Ruhe da muss es auch nicht hier lang hier die kann nicht weit weg sein die 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 kann nicht weit weg sein die ne bevor die mich hier noch verkiftet oder sowas, ey ne, ey so rein hin und hier noch einen hin, dass es ein bisschen heller ist ähm das ist mal wieder ne gut äh, also ist mir wieder zurück ab, jetzt sich rein so dann haben wir noch mal einfach nochmal einen voll gemacht und nochmal, äh, wo ist das Eisenherr hat nochmal einen voll gemacht Kieskimm auch wieder einen reinpacken das noch mit rein Lesterstein auch Goldärz dann kommen wir auch hier auf jeden Fall rein das mit rein und das mit rein äh, da passt leider nicht alles mit rein aber ist egal ja dann komm mal her so dann müssen wir doch das können wir mal so ähm hm das können wir dann hier, das können wir drei machen auf jeden Fall nach unten nochmal zwei Diamanten na, das hat ja schon mal ein bisschen gelohnt, ne nein, das heißt wir haben jetzt schon neun Kisten hier gefunden aber nö das passt gar nicht mehr mit rein aber das passt noch mit rein ähm dann könnte man mich hier auch nochmal diesen hier mit rein machen ähm und das jetzt auch so ähm ich hab gar keinen Kompass, doch Kompass hab ich, ich würd grad sagen, ich hab gar keinen Kompass ähm doch, ich hab einen ähm dann machen wir uns jetzt einfach schon mal ein paar Stickies ähm und zwar das reicht mal das reicht erst mal so das reicht erst mal so viel wie ich viele brauchen auch nicht bei hier die Pflastersteine kann ich eigentlich da reinpacken was brauche ich denn überhaupt gar nicht jetzt echt wirklich ne so ich bau wieder damit ab so und dann haben wir eigentlich wieder alles fertig ne die Brot hatte ich hier reingepackt ne noch hab ich ja 45 Kartoffeln das reicht ja erstmal ich mach hier ja schnell was essen ne ja komm mal ganz hoch rein so und dann würd ich sagen dann ist jetzt aber wirklich erstmal Schluss und beim nächsten Mal gehen wir runter in Richtung also noch tiefer halt ne so jo also bis dahin macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen euer Diego ciao ciao